Der Podenco Analus, der charmante Jagdhund aus dem Süden. Ursprünglich kommt der Podenco aus Portugal und Spanien. Er ist eine Jagdhundrasse, welche für die Jagd nach Kaninchen eingesetzt wurde. Dabei jagen und fangen sie die Beute selbstständig und bringen sie zum Jäger. Sie können dabei tatsächlich die gleichen Geschwindigkeiten erreichen wie Windhunde. Auch das Aussehen erinnert stark an einen Windhund. Die Widerresteur beträgt zwischen 60 und 72 cm bei großen Podencos. Bei kleinen Podencos liegt die Widerresteur zwischen 32 und 42 cm und bei mittleren zwischen 42 und 53 cm. Das Gewicht kann stark schwanken zwischen 38 und 33 kg. Podencos sind sehr gutmütig, aufmerksam und flink. Aufgrund ihres starken Jagdtriebs können sie auch ziemlich nervös wirken. Wie du dir vielleicht schon gedacht hast, sind Podencos tatsächlich am besten für Jäger geeignet. Als eine der wenigen Ausnahmen gilt der Podenco als äußerst robust und es sind keine Erberkrankungen bekannt. Du willst alles über Hunde wissen? Dann folge uns.